Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie mithilfe des Einparkassistenten Längsparken, Querparken und einen Längsparkplatz verlassen können. Zum Längsparken das Einparkassistent-Symbol auf dem Touchscreen drücken. Der Touchscreen zeigt eine Grafik für den Einparkassistenten an. Längsparken berühren. Das Symbol für Längsparken wird ebenfalls auf dem Informationsdisplay hervorgehoben. Wenn Sie sich einer Parklücke nähern, langsam an ihr vorbeifahren und einen Abstand von 0,5 bis 1,5 Metern zwischen Ihrem Fahrzeug und der Reihe mit geparkten Fahrzeugen lassen. Die Sensoren des Systems suchen automatisch nach einer Parklücke auf der Beifahrerseite, die groß genug ist. Wenn eine geeignete Parklücke gefunden wurde, wird eine Bestätigungsgrafik angezeigt, begleitet von einem Ton. Weiter langsam an der Parklücke vorbeifahren, bis Sie angewiesen werden zu stoppen und das Lenkrad loszulassen. Dann bei Anweisung den Rückwärtsgang wählen und warten, bis die Anweisung zum vorsichtigen Zurückfahren erscheint und den Einparkassistenten die Lenkung übernehmen lassen. Die Parklücke beobachten und gegebenenfalls das Bremspedal betätigen. Anhalten und einen Vorwärtsgang wählen, dann warten, bis Sie angewiesen werden, vorsichtig vorwärts zu fahren. Das Fahrzeug stoppen, wenn eine Meldung angezeigt wird, dass der Einparkassistent das Parkmanöver beendet hat. Zum Herausfahren aus einem Längsparkplatz das Einparkassistent-Symbol auf dem Touchscreen drücken, gefolgt von Ausparken. Das Lenkrad loslassen, während das System den Raum um das Fahrzeug misst. Wenn genug Platz zum Ausparken vorhanden ist, wird ausreichend Platz zum Verlassen auf dem Informationsdisplay angezeigt, begleitet von einem Ton. Bei Anweisung den Rückwärtsgang wählen und warten, bis die Anweisung zum Anhalten erscheint, dann einen Vorwärtsgang wählen. Warten, bis die Anweisung zum vorsichtigen Vorwärtsfahren erscheint und das System die Lenkung übernehmen lassen. Die unmittelbare Umgebung beobachten und gegebenenfalls das Bremspedal betätigen. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die Sie anweist, die Kontrolle über das Lenkrad zu übernehmen, sobald das Manöver beendet ist. Um in einer Parklücke zu parken, die im 90-Grad-Winkel zum Fahrzeug liegt, das Einparkassistent-Symbol auf dem Touchscreen drücken, gefolgt von Querparken. Die Sensoren suchen nach einer Parklücke, die groß genug ist, um in ihr zu parken. Wenn eine geeignete Parklücke gefunden wurde, wird eine Bestätigungsgrafik angezeigt, begleitet von einem Ton. Weiter langsam an der Parklücke vorbeifahren, bis Sie angewiesen werden zu stoppen und das Lenkrad loszulassen. Den Rückwärtsgang wählen und warten. Dann bei Anweisung vorsichtig zurückfahren und das System die Lenkung übernehmen lassen. Die Parklücke beobachten und gegebenenfalls das Bremspedal betätigen. Stoppen und einen Vorwärtsgang einlegen, wenn Sie entsprechend angewiesen werden. Sie müssen gegebenenfalls vorwärts und rückwärts fahren. Das Fahrzeug stoppen, wenn der Einparkassistent das Manöver beendet hat. Um das System zu beenden, auf dem Touchscreen Einparkassistent abbrechen auswählen. Weitere Informationen zu dieser oder anderen Funktionen finden Sie in der Betriebsanleitung. Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung brauchen, hilft Ihnen Ihr Jaguar Land Rover Händler gerne weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017